Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal um das Schreckgespenst der Beugungsunschärfe. Das Schreckgespenst Beugungsunschärfe. Tja, ich höre es immer wieder, mir läuft es immer wieder über den Weg und viele von euch haben auch in den letzten Videos Kommentare drunter geschrieben, da ich oft mit sehr geschlossenen Blenden fotografiere, um zum Beispiel einen schönen Blendenstern zu bekommen, ob ich nicht Angst davor hätte, die Blende so weit zu schließen. Blende 18, Blende 20, Blende 22, denn dadurch würde ja durch die Beugungsunschärfe mein Foto unscharf werden. Beugungsunschärfe, können wir natürlich nicht wegdiskutieren, Beugungsunschärfe kann auftreten oder tritt auf, wenn ihr die Blende sehr weit schließt. Dann kann Streulicht eindringen, dann kommt es zu einer sogenannten Wellenüberlagerung des Lichts und dann entsteht eine Beugungsunschärfe. Soweit die Theorie, viel theoretischer wollen wir ja auch nicht werden. Wie sieht es denn aber in der Praxis aus? Welchen Einfluss hat denn jetzt wirklich diese Beugungsunschärfe auf meine Fotos, beziehungsweise, tja, wie wirkt es sich beim Fotografieren aus? Es ist tatsächlich so, dass wenn ihr die Blende sehr, sehr geschlossen habt und ihr habt ein sehr, sehr schlechtes Objektiv, dann kann es sein, dass im Randbereich euer Foto unschärfer wird als in der Mitte. Die Objektive, die ich verwende, auch hier mein Tamron 1735, da kann ich euch sagen, da ist das eigentlich zu vernachlässigen. Gerade wann schließe ich denn die Blende sehr weit? Ich schließe sie sehr weit zum Beispiel abends, wenn ich, wie zum Beispiel letzter Fotowalk Schloss Schwerin, wenn ich in der blauen Stunde möchte ich einen schönen Blendenstern zum Beispiel von den Laternen haben, dann schließe ich meine Blende, in dem Fall habe ich Blende 18 dort auch fotografiert und dann könnte es theoretisch an den Rändern zu einer leichten Unschärfe in meinem Foto kommen. Aber interessiert mich das auf dem Foto? Nein, überhaupt gar nicht. Denn A liegt mein Hauptmotiv in der Mitte meines Bildes und was ich haben möchte, ist ja das Stilelement der Blendensterne. Und das erreiche ich eben in dem Fall nur, wenn ich meine Blende schließe. Sehe ich die Unschärfe im Randbereich, wenn sie denn überhaupt da ist? Nein. Und die, finde ich, ist auch völlig zu vernachlässigen in diesem Fall. Denn wenn ich überlege, heutzutage, wo werden dann eure Fotos betrachtet? Ihr verschickt sie per WhatsApp, ihr teilt sie auf Facebook, ihr veröffentlicht sie auf Instagram. A wird euer Foto sowieso nochmal komprimiert und dann sind die Endgeräte, auf denen wir das Ganze betrachten, die sind so klein, dass niemandem eine, wenn sie denn vorhanden ist, so eine Unschärfe im Randbereich auffallen wird. Selbst euch auch als Otto-Normalverbraucher, als Fotograf, selbst bei mir ist es so, dass ich das absolut vernachlässige. Und wenn sie dann überhaupt da ist und ihr vielleicht sogar überhaupt ein Motiv habt, was in den Rändern eures Fotos ist, denn normalerweise versuche ich ja mein Hauptmotiv auch entsprechend anzuordnen im Bild. Das heißt, in den Randbereichen habe ich gar nichts, was jetzt so knackscharf sein müsste, dass mir das auffallen würde, dass hier eine Beugungsunschärfe da ist. Und das wird bei euch genauso sein. Ob ihr eine Beugungsunschärfe seht bei euch auf den Fotos, ob euer Objektiv das erzeugt, könnt ihr ganz einfach mal testen. Traut es euch mal, denn viele, habe ich immer den Eindruck, viele trauen sich nicht, die Blende so weit zu schließen. Auch auf den Fotowalks, die ich gebe, auch die Fotokurse, die ich gebe, dort ist dann immer, wenn ich sage, Mensch, jetzt zum Sonnenuntergang, damit du einen schönen Sonnenstern bekommst, schließ doch mal die Blende so weit wie möglich. Dann sage ich, nein, die kann ich nicht schließen und dann aktiviert sich die Selbstzerstörung meiner Kamera. Oder so ähnlich, keine Ahnung. Also viele haben da wirklich Angst vor und Respekt. Ich habe das mal gelesen, im Internet steht, dass dann ist mein Bild unscharf. Und da ist eben auch eine falsche Vorstellung von dieser Beugungsunschärfe. Wenn ihr eure Blende schließt, dann entsteht eine Beugungsunschärfe. Aber deswegen ist euer Bild ja nicht unscharf. Ich habe immer den Eindruck, viele denken, wenn ich jetzt eine Blende 20 nehme, habe ich ein unscharfes Bild. Das ist dann nicht scharf. Also wenn das wirklich passiert, wenn ihr mit einer ganz geschlossenen Blende fotografiert, und euer Bild ist unscharf, dann hat euer Fokus nicht gesessen. Das ist der einzige Grund, warum euer Bild dann unscharf ist. Alles andere, die sogenannte Beugungsunschärfe, die wirkt sich in der Regel nur wirklich auf den Randbereich aus, wenn überhaupt. Vergrößert das mal, macht das mal, fotografiert mal mit einer Blende 8, das gleiche Motiv dann, mit einer Blende 20 oder 22. Und dann schaut euch das Ganze mal auf dem PC an. Vergrößert euer Foto mal auf 100%. Tja, und dann könnt ihr mir mal einen Kommentar da lassen, welchen Unterschied es da gibt. Ist das wirklich so dramatisch bei euch, dass ihr sagt, ne, Blende 20, Blende 22, kann ich einfach nicht fotografieren. Das kann ich nicht ertragen auf meinem Foto. Ihr werdet mir mit Sicherheit dann recht geben, dass ihr sagt, wisst ihr was, das ist so verschwindend gering. Dieser Unterschied, der da entsteht, diese Beugungsunschärfe. In der Landschaftsfotografie in der Regel wird euch das weder stören, noch wird es dem anderen Betrachter, der sich euer Foto anguckt, auffallen. Schon gar nicht in sozialen Netzwerken. Deshalb aus meiner Sicht, Leute, Beugungsunschärfe, die steht bei mir ganz, ganz hinten an. Deswegen verwende ich auch oft so eine geschlossene Blende. Es waren ja viele Kommentare von euch unter meinen letzten Fotowalk-Videos auch. Ja, warum schließt du denn die Blende so weit? Hast du da nicht Angst, dass dein Foto unscharf wird? Nein, habe ich nicht. Und das könnt ihr auch machen. Und auch euer Foto wird nicht unscharf werden. Das heißt, da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Schließt ruhig mal die Blende. Nehmt lieber diesen schönen Effekt, der entsteht mit. Denn gerade jetzt, letztes Video, als ich in Schwerin war, das Foto in der blauen Stunde von dem Schweriner Schloss und der Brücke, als ich schöne Blendensterne von den Lampen auf der Brücke hatte, das hätte so nicht gewirkt, wenn ich die Blende nicht geschlossen hätte. Das ist mal ganz einfach. Zweites Beispiel ist, ihr wollt die Blende schließen oder ihr müsst die Blende schließen, weil ihr zum Beispiel, als ich mit dem Samyang 10 mm unterwegs war, dort hatte ich ja keine Möglichkeiten, einen zusätzlichen ND-Filter vorzuschrauben. Das heißt, hier habe ich, um eine bisschen längere Belichtung zu bekommen, auch die Blende geschlossen. Was entsteht dann? Im allerbesten Fall habe ich zum Beispiel Wasser im Vordergrund weich gezeichnet, wie zum Beispiel bei den Molekülmen. Oder der Himmel, dort kriege ich einen schönen Wolkenzieher rein. Das heißt, auch da ist das Ganze schön weich gezeichnet. Fällt mir dann noch eine Beugungsunschärfe auf? Nein, denn ich habe ja sowieso einen Unschärfe-Effekt. Tja, im Wasser und im Himmel bei der Landschaftsfotografie. Also da spielt es überhaupt gar keine Rolle. Und im Zentrum meines Bildes, da wird es immer scharf sein. Gerade bei neuen Linsen. Wenn wir jetzt nicht gerade von einer analogen Linse sprechen, die 30 Jahre alt ist, habe ich beinahe gesagt, dann, Leute, das ist so zu vernachlässigen. Diese angebliche Beugungsunschärfe, da dürft ihr wirklich nicht so viel drauf geben. Fotografiert mal lieber so. Nehmt lieber einen tollen Blendenstern mit, denn der sieht definitiv genialer aus eurem Foto aus, als wenn ihr irgendwo in die Ecke guckt mit der Lupe nochmal und vergrößert euer Foto auf 200 Prozent und sagt, ja, das könnte ein bisschen unschärfer sein, als in der Mitte des Bildes. Also Leute, physikalisch, klar, Beugungsunschärfe gibt es, aber die könnt ihr heute aus meiner Sicht absolut vernachlässigen. Das ist einfach so. Die wird euch nicht auffallen aus dem Foto, die wird auch den Betrachtern nicht auffallen. Und deshalb, tja, ist das quasi auch die Beantwortung eurer Fragen oder meinen Videos, hast du keine Angst vor Beugungsunschärfe? Nein, habe ich nicht. Vielleicht seht ihr das aber ganz anders oder habt ganz andere Bildergebnisse mit eurer Kamera. Ja, dann lasst mir doch gerne mal einen Kommentar da, wie ihr das seht mit der Beugungsunschärfe. Fotografiert ihr auch lieber mit Blende 18 oder 20, um zum Beispiel einen genialen Blendenstern auf euer Foto zu bekommen. Beim Sonnenuntergang einen schönen Sonnenstern. Und sagt ihr auch, also wisst ihr, diese leichte Unschärfe, die vielleicht entsteht im Rand meines Fotos, die interessiert mich sowieso nicht. Vielleicht beschneide ich mein Foto zum Schluss auch nochmal. Das heißt, ich kroppe es zusätzlich nachher, dann fällt es sowieso nicht auf. All das lasst mir mal doch gerne als Kommentar da. Und vor allem, ist es euch vielleicht schon mal aufgefallen? Dann lasst mir doch mal als Kommentar da, was für eine Kamera habt ihr verwendet, welches Objektiv habt ihr verwendet, wo euch so eine Beugungsunschärfe extrem aufgefallen ist. Bei den Objektiven, die ich verwende, ist das absolut zu vernachlässigen. Sage ich euch ganz ehrlich, achte ich auch nicht drauf. Da ist es mir wirklich wichtiger, den entsprechenden Bildeffekt, zum Beispiel bei einem Blenden- oder Sonnenstern zu erreichen. Auch tagsüber, wenn ich einen schönen Stern mal aus der Sonne haben möchte, blauer Himmel, dann, tja, dann kommt es mir nicht darauf an, ob vielleicht am Rand so ein kleines bisschen Unschärfe drin sein könnte. Aber wie gesagt, lasst mir mal dazu eure Meinung da. Und wenn ich euch ein bisschen die Angst vor der geschlossenen Blende und dem Schreckgespenst der Beugungsunschärfe nehmen konnte, dann lasst mir für das Video doch mal gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen, vielleicht auch wieder mit einem Fotowalk, mit einer geschlossenen Blende und keiner Beugungsunschärfe, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020